hallo ihr lieben hier ist der erste teil unserer kleinen online probe und zwar ein warm-up song den ich 2017 benutzt habe um den großen chor des luther pop oratoriums ein bisschen zu warm upen und das versuche ich auch mit euch und die noten findet ihr auf singen zuhause.de singen zuhause.de anklicken bisschen runterscrollen und den blauen button drücken und dann könnt ihr die noten downloaden dieser song sehr einfach wir nehmen ihn auch nur einstimmig also nicht mehrstimmig wie er hier steht sondern als warm-up song erst mal einstimmig geht so und dann gehen wir einen halbton hoch und das ganze am schluss nur darauf achten denn da machen wir einen schluss wo wir vor dem letzten ton abbrechen wherever you go i'm on your side ich dirige euch da und es wäre toll wenn ihr jetzt bei euch zu hause in der familie mitmacht wherever you go i'm on your side das ist natürlich in diesen zeiten eher symbolisch zu verstehen und soll ein kleines symbol für gemeinschaftssinn und solidarität sein hier ist wherever you go wherever you go i'm on your side wherever you go i'm on your side i'm on your side 1,2,3,1 danke fürs mitmachen und gleich kommt der zweite song bis dann ciao euer dieter fein их ich austin us